Also ich glaube, reicht das nicht? Sind das wirklich Sommerreifen, in die wir jetzt, also dass wir mehr oder weniger uns dazu einigen, dazu verstehen? Es muss kontrolliert werden, also die, also beispielsweise, die müssen das kontrollieren und wenn nicht kontrolliert wird und das wird nachgewiesen, muss es auch zu entsprechenden Strafen kommen. Dass wir jetzt wirklich ein starkes Instrument benötigen, was flächendeckend wirkt und da wäre 2G oder 2G plus, das wäre das Wicht. Was flächendeckend wirkt und da wäre 2G oder 2G plus. Flächendeckend wirkt und da wäre 2G oder 2G plus. Das war wirklich mal was zum Lachen. Ja, das ist echt komisch gewesen. Bleibt denn bloß wieder die Corona, dieses Luder? Corona! Corona!